Übachsberg, Furendal, Hülsch, Trinkele, Bosch, Hülsche... Wer sich diese Gegend vielleicht auskennt, hat gemerkt, wir sind in dem Ort Simpelfeld. Gleich hinter der deutschen-niederländischen Grenze. Aachen und Würselen sind alles nicht weit. Im Grunde gibt es in Simpelfeld nicht viel zu sehen. Aber ich denke, wenn wir schon mal hier sind, können wir daraus einen kleinen Niederländisch-Kurs machen. Also, hintermissen gerade Leute, die fragen sich, was ich für ein dummes Zeug labere. Okay, also hier haben wir Ströckens Rohroplossingen. Das heißt, da gibt es Hörgeräte. Oplossingen sind eigentlich Lösungen. So, daneben eine Schlagerei, ein Träteur, ist ein Fleischer, der sich etwas besseres hält. Ja, also, Guerilleroom ist ja sowas von un-niederländisch. Neu-niederländisch könnte man auch sagen. Und hier, Susanne, die sind wieder da, die Früchte. Wo waren sie die ganze Zeit? Okay. So, wir sind in der Dorfstraße. In der Dorfstraße. Gehen wir mal weiter. Ich muss dazu sagen, wir haben Ende Januar. Wir haben Tauwetter. Das, was die deutschen Medien dann wieder als Eis-Hölle oder Eis-Regen-Hölle bezeichnen werden. Und ich muss aufpassen, dass sich nicht auf die Schnüßfallen der Kölner sagt. Obwohl, wenn ich auf die Schnauze fallen würde, gibt es wahrscheinlich tausende von mehr Klicks auf dieses YouTube-Video. Mal überlegen. Ah, Tauwetter. Direkt von Eisener. Das hat jetzt nichts mit Prostitution zu tun. Das heißt einfach nur, dass man das vom Eigentümer direkt mieten kann. Das machen wir jetzt mal nicht. Ja, da ist ein Supermarkt. Der heißt Action. Ja, da gehe ich nicht mal rein. Da war ich mal drin. Da haben die um sich geschossen Bomben gelegt. Zu Action gehe ich nicht mehr. Eine Tankstelle. Wie teuer ist es denn hier? Ja, ich gehe ja schon weg, Freund. Hm, Diesel 1,54 Euro, 1,73 Euro. Das lohnt sich eigentlich nicht. Ist in Deutschland zur Zeit gut 15 Cent billiger. Tanktourismus, Leute, lohnt sich nicht in den Niederlande. Das könnt ihr nach Polen machen. Aber Niederlande, Belgien, kann man nur von abraten. Hier, meines Wissens, sind das hier alten Wohnungen. Freitags ist hier auf dem Platz Merklus. Da ist hier Wochenmarkt. Dann ist hier auch abgesperrt. Aber heute ist Montag. Deswegen ist ja eigentlich auch gar nichts los heute. Der Bau beginnt hier, ganz einfach in Simpelfeld. Es spielt mal einer mit dem Namen Simpelfeld. Es ist auch relativ simpel, aber der Ort, muss ich dazu sagen, ist eigentlich ganz krüpf. Das Wetter könnte besser sein. Hier gibt es Elektromaterial. Hier erkennen wir Haut, also Holz. Hand und Slatewerk würde ich mit Hängen und Schließwerk übersetzen. Wenn jemand eine korrekte Übersetzung hat, bitte sage er mir Bescheid. Haut und Baumaterial, Holz und Baumaterial. Wohnungen in Projektstofwehring. Ich würde mal sagen, Wohnungen und Projektausstattung. Flurbedeckung, Chordäne, also Flurbedeckung, Chordäne. Sonnenwehringe, ich nehme an Sonnenschutz. Laminatflure ist fast deutsch, Laminatflure. Rote Wohningenrichting, at accessforall.nl Hier gibt es erstmal nichts zu lesen. Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass Simpelfeld im regionalen Dialekt hier, dem südlimburgischen, Sumpelfeld oder auch Zumpelfeld heißt. Bin mir bei der Aussprache nicht genau sicher. Eigentlich bin ich mir da überhaupt nicht sicher. Aber eines kann ich euch sagen, das was hier gesprochen wird, hat mit dem Standard-Niederländischen so viel zu tun, wie das Bayerische mit dem Hochdeutschen. Eher weniger. Also, wer Niederländisch lernt und eine Sprachreise machen möchte in die Niederlande, fahrt doch lieber in die Gegend um Amsterdam. Haarlem wäre da ganz angeraten. Da soll man angeblich das beste Niederländisch überhaupt sprechen. Beste in Anführung sprechen. So. Rabobank. Das ist die Bank, die sich neulich von ihrem Profi-Fahrrad-Profirad-Team getrennt hat. Mit Sicherheit nicht zu früh. Oh, guck mal hier. Hier ist ein Aldi. Ich frag mich, was es hier wohl gibt. Aldi, Aldi. Die Buchstabierung muss man sich merken. A-L-D-I. Hoffentlich vergesse ich das nicht. A-L-D-I. Und wenn man dazu viel Süßes gekauft und gegessen hat, geht man zum Zahnarzt. Tanta Patek, Zahnarztpraxis von Jos T. Visum. Behandlung nach Abspracheanmeldung. Behandlung für Hochisch Absprache. Patek um die Hook. Die Praxis ist um die Ecke. Kreiquat. Übersetzt Kräuterfass. Sagt eigentlich schon, was man da bekommen kann. Äh, es ist alles der Stadtaugerie. Wir sind biologisch orientiert. Deswegen koch ich da auch nie ein. Obwohl ich mich gerade frage, was in der Nivea-Dusche biologisch sein soll. Ich hab mich wohl geirrt. So. Dann wollen wir mal stehen. Hier ist ein Blocker. Wer jemals in Niederlanden Urlaub gemacht hat, kennt HEMA und Blocker. Die Ramschläden des Landes. Das klingt jetzt respektierlich. Man kann dort ordentliche Schnäppchen machen. Aber es wird alles mal etwas unaufgeräumt. So. Hier geht's weiter. Da liegt noch ein Altenheim. Der Platz hier ist relativ neu. Ich glaube, der ist erst vor zwei, drei Jahren entstanden. Wenn es nicht sogar schon noch, noch neuer ist. Was hier angelegt worden ist. Das finde ich immer herrlich. Das ist Harry der warme Backe. Auf deutsch Harry der warme Bäcker. Ich könnte jetzt ein paar Witze reißen und spar es mir. Lecker gratis. Naja, wer glaubt. Da hinten ist noch ein Supermarkt. Das ist ein Plus. Der hat mit dem deutschen Plus, der ja inzwischen von Nettojaufen übernommen wurde, nichts zu tun. Gott sei Dank. Hier erinnert euch Plus. Der Laden, der aussah, als hätte immer jemand gerade dort ne Bombe explodieren lassen. Und man war noch beim Aufräumen. Der niederländische Plus oder Plus hat damit zum Glück nichts zu tun. Wollen wir Lotto spielen. Das ist Millionenspiel. Millionen-Spiel. Mehr Menschen 1 Millionen. Elke Sardiner. Mehr Tams auf 1 Millionen. Jeden Samstag gibt es noch mehr Chancen auf 1 Million. Spiel mit für 5 Euro. Spiel mehr für 5 Euro. Kann man ja gar nicht verlieren. So, hier ist der Pursundfamilie Schraut-Eitel. Ein lustiger Familienname und eigentlich sehr selten. Die Dame dort verkauft Prospekte vom regionalen Fremdenverkehrsverband. Die lassen wir jetzt aber mal in Ruhe. Discover Mall Rauch ist tödlich. Entdeckt Meer, Rauchen ist tödlich, steht dort. Da muss ich es ja nicht erst entdecken, wenn ich schon weiß. Hier ist ein Buchladen, den kenne ich schon. Der ist sehr gut. Hat bloß nie da, was ich gerade suche. Auch wenn der Verkäufer sehr freundlich ist. Ja, und wenn wir jetzt trotz des guten Wetters doch noch weg wollen, gehen wir ins Reisebüro. Die höchste Kinderkürzung bekommen sie hier. Ich glaube Kinderkürzung ist kein guter Ausdruck, oder? Ah, und hier kann man alle deutsche Reisebüro, Reiseveranstalter buchen. Dann können wir ja gleich hier bleiben. Dann müssen wir nicht nach Deutschland zurück. Und das macht alles der Herr oder die Frau van der Biese. Und jetzt guck mal da, da steht ja ein Auto. Das sieht genauso aus wie meines. Das ist ja ein Ding. So oft sieht man solche Autos nämlich gar nicht. Jetzt will ich mal gucken, wo der Herr kommt. Ach, der kommt ja auch aus dem Rhein-Erftkreis. Der wird nur mal schön wie meine. Ja, das ist ja sehr praktisch. Dann kann ich gleich weiterfahren. Das Wetter wird nämlich offenbar nicht besser. Und ich habe euch jetzt genug zugelabert. Hört ja doch keiner mehr zu. Ein letzter Blick auf Simpelfeld. Dann fährt noch ein Smart hier durchs Bild. Und tschüss.